Wir machen sozusagen einen Fabrikverkauf am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 20 Uhr. Aber natürlich versuchen wir auch in regionale Märkte und Geschäfte zu kommen und bei anderen Gastronomien außer der Spreepension Fuß zu fassen. Wenn jemand sagt, ich würde mir gerne mal die Brauerei anschauen, würde meine Führung machen wollen, würde vielleicht auch mal ein Bier vor Ort verkosten wollen, geht das? Ja, dazu ist halt dieser Fabrikverkauf da. Da kann man auf jeden Fall kommen, Bier mitnehmen und auch verkosten. Natürlich, wenn ich selbst da bin, kann man dann auch kurz eine Tour machen und kriegt kurz was erklärt. Ausführlicher ist das Ganze natürlich dann in der Zeit.